Digga, wir müssen jetzt eigentlich mal ein Rocket Hawk Race gewinnen. Aber ich hab dafür auch gestimmt, aber. Aber erst erstmal hier Crazy King nochmal spielen. Ist Crazy King das mit der Stellung? Ich glaube schon, ja. Jetzt ist eigentlich King of the Hill oder so. Crazy King. King steht für King of the Hill. Würde ich sagen. Also denke ich. Und warum ist es dann jetzt crazy? Weil es verrückt ist. Weil wir so krass sind. Das ist quasi verrückt. Achso, das ist crazy im Sinne von krass. Ja, crazy, crazy, krass. Vielleicht kommt er aus dem Lateinischen. Ich hab gehört Griechischen. Ja, keine Auszeichnung. Weil die Griechen waren ja auch krasse Typen. So Adonis und sowas. Adonis kam auch wie ein Profi-Surfer. Aber die ersten, die es gesagt haben, waren natürlich die alten Ägypter, weil die hatten eine Ahnung. Ah, ich weiß nicht. Wohl doch, die hatten eine Ahnung. Ja, ja, doch. Auf jeden Fall. Also wir müssen jetzt natürlich die Stellung boosten. Ich möchte natürlich hier einige Trippel-Nuklears erreichen. Einige Trippel-Nuklears. Auf jeden Fall, das ist in einem Spiel. Ja. Ja, der Noob dahinten versucht, sich natürlich zu verstecken, aber wenn ich dem es so gegeben hätte, ne. Oh, ich geb ihm sogar. Ey, er gibt mir One-Hit, ne. Ich hoffe, seine dreckige Mutter stirbt. Ey, 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 das sagt man aber nicht. Also sowas. Das habe ich noch nie gehört, diesen Satz, Mann. Ich frage mich, wo ich den herhabe. Oh, ich habe das Schwert hier erstmal taktisch erobert. Alle, die jetzt rumheulen, das war natürlich nicht ernst gemeint, Mann. Seine Mutter ist schon zu. Ja, das muss man. Das muss man auch einfach immer dazu sagen. Man muss sich auch heutzutage immer rechtfertigen. Wo ist die Stellungsthema? Ja, ich bin natürlich objective und bin schon wieder in der Stellung, wo man mich ja auch meistens trifft. Na, vor allem im Multiteam. Ja, da bin ich immer auf objective. Na, da klemmt er immer rum. Da sage ich immer, Marcel, es geht mal aus der Stellung. Ich will Stellung boosten für Orbi, aber er sagt immer, nein, 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 das muss so. Ja. Na, die Stellung ist auf der Brücke. Ach, ich denke mal, hier ist diese Treppe. Ich werde natürlich jetzt beschossen, das ist nicht optimal. Der Galater hat ihn weggeholt, Mann. Wie ein Profi, sage ich da nur. So, warte mal. Was heißt denn, wie ein Profi? Du bist doch ein Profi. Eben, das muss man dazu sagen. Wir sind einfach Halo-Legenden. Ja, wir nennen uns ja nicht zum Spaß so. Viele werden schreiben, dass wir schlecht sind. Ich weiß es schon, Alter. Keiner schreiben, wir sind doch krass. Das scheitbar die, die keine... Der Galater, Massaker habe ich hier schon. Fünferstreak am Start, Mann. Richtiges Asphalt-Massaker. Ich bring immer über diese Brücke drüber. Ich bleib da nie oben. Ja, guck mal, ich bin ja gerade die Brücke am Defenden. Digga, ich bin so... Ich vercampe mich gerade so hart, ne? Schwertmassaker, Alter. Ich habe ihn ungefähr aus 8 Metern damit gekillt. Oh, scheiß, Alter. Immer für Ruhe sorgen in meinem Spiel. Ich habe ihn auch noch geholt, Mann. Ach, komm, jetzt spiele ich auch mal ein bisschen auf Stellung. Ich wollte nur gerade eine kleine Killstreak machen. Ja, das ist richtig krass. So. So, da kenne ich keine Gnade. Ja, okay, er kenne auch keine Gnade. Er ist halt gnadenlos. Ja. Off-Stream. Warte mal, wo ist denn die Stördung? Unten. Ja, werde ich natürlich direkt mal wieder... Wie immer, für mein Team werde ich ja alles tun. Ja, ja, merke ich schon. Wie immer, Marcel. Wie immer. Die Ausreden im Start. Ja, aber irgendwie wirft er eine Granate perfekt auf mich. Aber irgendwie sind wir auch wieder gerade hoch am Gewinnen. Ja, wie immer halt, wie jede Runde. Es ist einfach der Hammer. Ohne Scheiß, ich fahre mir echt, wieso wir immer... Nein, er gibt mir Ninja. Wenn du dich fragst, wieso wir gewinnen, öffne mal das Scoreboard. Da sieht man natürlich, dass ich dafür maßgeblich... Ey, Mann. Ja, du bist an diesem Sieg maßgeblich beteiligt, Marcel. Zehn Punkte habe ich, du hast vier. Ja, und ich saß auch gar nichts. Du hältst dein Schnaz. So, die Waffe nehme ich natürlich... Jetzt bin ich natürlich... Ich hätte schlafen. Mann. So sind wir hier dann, ja. Jetzt müssen wir natürlich noch eine Etage hochkommen. Ich weiß natürlich sofort, wo diese Treppe dafür ist. So, ich rasiere gerade ein bisschen mit dem Butterfly. So, ich bin jetzt auch in der Stellung. Wie kann er nicht gestorben sein? Ich habe ihn auch geboxt. Ich habe ihn geboxt. Ich habe ihn geboxt. Ja, ich bin natürlich... Ich bin im Hügel. Ja, ich bin natürlich im Hügel. Ich bin... Ja, das ist gut jetzt. Das bringt gut Punkte. Kriegt man da doch... Das bringt richtig gut Punkte gerade. Die kommen auch nicht. Ja, die haben Angst. Die wissen wahrscheinlich gar nicht, wie man hier hochkommt. Ne, ich habe es auch gerade so random gefunden. Au, die wissen, wie man hier hochkommt. Zumindest, wie man Granaten hier reinwirft. Alter, das gibt es nicht, dass er nicht down ist. Also, ich will ja nicht sagen, aber jetzt holt der Skorpion hier aber die Punkte. Wo ist die Stellung? Und den Kill holt er auch noch. Ne, ne, den habe leider ich geholt. So, direkt in die nächste Stellung. Nein. Quasi da unten. So. Wo ist die Stellung? Ja, hier. Ja. Und ich wurde eliminiert. Kritisch. Ja. Passiert auch einem Boss mal irgendwann. Aber auf jeden Fall... Boah, das bockt eigentlich schon, Alter. So. Er ist mal ernsthaft, das bockt sich wirklich hart. Oh. Er spawntrappt mich. So. Den einen oder anderen habe ich natürlich auch bei der Stellung schon rasiert. Und wir führen 93 zu... Ich möchte es kaum aussprechen. Zu 17. Oh Gott, Alter. Wie hat er mich... Ach, die Schrote auch wieder. Ich habe gerade movement-technisch Pech. Was? Er hat so down... Er... Wir müssen ihm One-Hit geben, Alter. Ja, nur mit seinem Schwert deswegen, Alter. Ah ja, immer direkt das Butterfly-Zirk. Ich glaube, die Stellung muss jetzt in der Mitte spawnen. Rein theoretisch schon, ja. Ich weiß nicht. Wann haben wir gewonnen? Mit wie vielen Punkten? Ich weiß es nicht. Die Stellung ist irgendwo... Vielleicht 250. Das wäre deine WCOD. Uiuiuiuiuiuiui. Ja, da weißt du, wo sich die Activision-Leute inspirieren lassen. Nö. Ich gebe ihm... Nicht, Mann! Hoho, er hat... Ja, okay, gut. Habe ich wenig Unterstützung bekommen. Hä? Wo ist denn die nächste Stellung? Da oben irgendwo. Nein, Mitte, oder? Ich weiß natürlich genau, wo es lang geht. Ich weiß genau, wo ich mich gerade befinde. Wie immer in Halo. Ich habe vom Damage... Habe ich Falschschaden? Nein, das gibt es nicht, oder? Doch. Auch gibt es. Fuck. Kontrolle. Hat er da echt... Er hat da gew... Oh mein Gott, er kämmt an diesem... Oh mein Gott. Oh mein Gott. 30 Sekunden bis zum Sieg. Bügel im Kämpf. Bügel versetzt. Das war natürlich eine krasse Stellung jetzt. Ja, das ist nicht schlecht gewesen. Es war halt einfach... Ich hoge hier an der Seite. Es belohnt uns halt einfach mal, das System. Einfach hin und her laufen. Einfach hin und her laufen. Einfach hin und her laufen. So, erstmal den Gegner genutzt. So, nehm ich mir mal noch ein paar Stellungspunkte mit, damit er mich gleich nicht flamed hier. Ich glaube, 150 ist es, glaube ich, zu Ende. Das könnte gut sein, ja. Ja, das wird zeitlich auf jeden Fall passen. Okay, er holt mich hier Cross the Map weg. Ist halt so ein Noob so. Cross the Map ist ja immer noobig. Ey, wenn ich den jetzt... Ey, ah ja gut, ich hab ihn noch bekommen. Okay, gut. Das wäre sonst aber auch frech gewesen. Den einen Punkt müssen wir jetzt aber noch machen. Ja. Ja, jetzt hol ich mir nochmal das Schwert hier. Weißt du, jetzt ist mir jemand in der Möglichkeit, den Punkt zu machen. Ich könnte ihn jetzt machen, wenn ich jetzt weit genug fliege würde. Und ich fliege weit genug. Und deswegen hab ich den Punkt gemacht. Ganz easy gewonnen, meine Freunde. Ich will nicht sagen, aber 41 Punkte hat er dann auch mal geholt hier fürs Team. Ja. Natürlich nicht 92, aber ist auch ein bisschen was. Aber ohne meine 17 Punkte... Ach egal, vergess das. Oh mein Gott, Alter. Ja, aber ohne Scheiß, wir haben bis auf die beiden Hawk Races, haben wir alles gewonnen. Ja, wir sind halt einfach gut. Das gibt's eigentlich gar nicht, Mann. Wir sind einfach gut. Oh, Moment, Skorpion, noch was für die Statistik. Wir waren die einzigen Leute, die länger als eine Minute hier im Hügel waren. Ja. Wie kann ich negativ gegangen sein? Ja, und da geht er auch einfach mal nur minus 9. Also, das ist absolut Wahnsinn. Ja. Ich verstehe gar nicht, wie ich negativ gegangen sein kann, Alter. Ich hatte Massaker und Schwertmassaker. Na gut, ich denke mal, das war jetzt die letzte Episode erstmal von Halo Reach. Also, haben wir so gedacht, oder? Habt ihr da andere Pläne? Haben wir so gedacht, ja. Wir können's ja nochmal aufnehmen, weil erstmal Ende dieser Aufnahme würde ich mal behaupten. Ende dieser Staffel würde ich behaupten. Genau. Okay. Dann vergesst nicht, alle 5 Episoden zu bewerten, falls es 5 sind. Vielleicht sind es auch 6. Ich hab gar keine Ahnung. Wenn sie sogar 7 sind, ich hab echt keinen Plan. Ja. Oder 8. Oder 9. Aber keine 10. Ja, okay. Dann vergesst zu bewerten und kommentieren nicht. Und dann würde ich sagen, tschüss. Tschaui.